Günter Grass hat oft geirrt. Wie könnte es auch anders sein bei einem Menschen, der so begeistert die Arena der politischen Debatte betritt, der so engagiert im Kampf der Meinungen unterwegs ist, der mit solch einer Lust sich in die Politik stürzt. Der vermeintlich größte Irrtum von Günter Grass ist seine Ablehnung der deutschen Wiedervereinigung. Jedenfalls glauben viele, dass Grass die Wiedervereinigung abgelehnt habe. Wenn man genau nachliest, stellt man fest, dass er nicht, dass das in Frage stellte, die Wiedervereinigung, sondern das Wie, also den Prozess. Und gerade diese Infragestellung macht Günter Grass heute so interessant. Nicht zuletzt deshalb beziehen sich sehr viele Ostdeutsche auf die Einwände gegen den Prozess der Wiedervereinigung, die Günter Grass Anfang der 90er Jahre äußerte. Zum Beispiel in seinem Sonettenkranz Novemberland. Entstanden im Herbst 1992 als Reaktion auf die Wiedervereinigung, aber auch auf die Anschläge auf Asylantenheime hier in Mölln in der Nähe von Lübeck und in Rostock. Auf das Erstarken, das Wiedererwachen des Nationalismus und einer gewaltbereiten neuen Rechten. Günter Grass gleitet seine Skepsis gegen die Wiedervereinigung in Verse wie Auf Siegersseite lebten wir behütet und getrennt, bis uns die Einheit schlug, die keine Gnade kennt. Vor reiner Tagespolitik schützt diese Sonette immer wieder ihr starker Naturbezug. Und dann ist Novemberland ja auch mehr als reiner Text. Grass stellt jedem seiner Sonette eine Sepia-Zeichnung an die Seite und diese Wechselwirkung von Bild und Text ergibt den starken Eindruck, der bis heute nachhalt. 2. 9. 12. Vielen Dank.